Herzlich willkommen bei Yumtamtam. Wir machen heute was, von dem ich dachte, es wäre nicht möglich. Wir machen Pudding selber ohne Pulver. Als erstes brauchen wir natürlich einen Topf, in dem wir das machen. Das Rezept, was wir haben, was übrigens unten in der Videobeschreibung steht, ist ungefähr ein halber Liter. Deswegen gehen wir mal kurz einen Topf holen. Wir haben jetzt die 200 Milliliter Milch und gießen sie in unseren Topf. Das gleiche nochmal mit der Sahne. Wir machen ja heute Vanillepudding und dafür haben wir eine coole Vanilleschote. Alternativ könnt ihr natürlich auch Vanillezucker nehmen. Falls ihr eine Vanilleschote nehmt, dann schneidet die einfach in der Mitte auf. Wir kratzen das ganze Markt da raus, da rein. Und wir schmeißen aber auch die Vanilleschote da rein, weil die auch total viel Geschmack abgibt. Aber vergesst nicht, die dann wieder rauszuholen, weil keiner will das große Würmchen dann im Mund haben. Es sieht ein bisschen aus wie eine Nacktschnecke. Ist euch das mal aufgefallen? So, das kann jetzt hier langsam aufkochen. Ich habe noch ganz viele kleine Vanilletierchen an der Hand, aber das ist egal. Während das Ganze aufkocht, rühren wir jetzt die Zauberpuddingmischung an. Dafür nähen wir 100 Milliliter von der Milch, die wir noch übrig haben. Während ihr das macht, guckt immer, ob die Milch anbrennt. Ich habe dieses Milch-Anbrennt-Trauma. Jetzt müssen wir Eier trennen. Falls ihr mein Eier-Trennen-Video nicht gesehen habt, könnt ihr gerne in der Videobeschreibung gucken. Und falls ihr es doch gesehen habt, wisst ihr alle, was jetzt kommt. Nämlich Team Flasche. Wir trennen Eier. Sehr physikalisch heute. Das ist das Beste. Das ist das Allerbeste, wirklich. So, die zwei Eigelb kommen da mit rein. Zucker. Und Schweizerstärke. Und das rührt ihr jetzt schön glatt, bis keine gemeinen Klümpchen mehr übrig sind. Sieht gut aus. Das fängt jetzt hier langsam an zu kochen, deswegen holen wir die Schote schon mal raus, damit wir sie nicht vergessen. Wenn das Ganze anfängt zu kochen, fangt ihr schon mal an, die Hitze runterzudrehen. Und jetzt machen wir unser Zauber-Pudding-Gemisch da rein unter ständigem Rühren. Weil sonst brennt das an und ihr habt einen riesigen verbrannten Vanilleklops. Guckt, wie gut! Ich fühle mich ein bisschen wie in dem Film, wo der Typ auf der Insel ist und der schreit so, ich habe Feuer gemacht. Und ich will die ganze Zeit schreien, ich habe Pudding gemacht. Jetzt kommt der Moment, wo ich immer verkacke, Sachen irgendwo reinfüllen, ohne dass Chaos entsteht. Schauen wir mal. So, guckt, wie ich das geschafft habe, ohne zu kleckern. Für alle Leute, die die Haut oben auf dem Pudding nicht mögen, da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ihr nehmt einfach Frischhaltefolie und macht die da drauf und dann passiert es nicht. Aber ich liebe Puddinghaut, deswegen gibt es das bei mir nicht. Weil Vanillepudding noch nicht geil genug ist, machen wir jetzt auch noch Schokopudding. Im Endeffekt machen wir fast das Gleiche, nur dass wir Schokolade mit reinklocken. Jetzt kommt der wichtige Part, wir nehmen hier einfach Zartbitterkuvertüre und wir brauchen so zwei von diesen fetten Vierecken. Das wird jetzt hier im Topf heiß wie letztes Mal und wir rühren wieder Zauberpuddingmischung an, aber diesmal ist sie noch krasser, nämlich mit Kakaopulver. Und das rühren wir jetzt wieder zu einer glatten Masse und wenn die Milch mit der Schokolade im Topf kocht, dann rühren wir das wieder ganz schnell unter und dann sind wir eigentlich schon fertig. So, unsere Milch kocht auch und das kippen wir jetzt wieder hier rein unter starkem Rühren. Guckt, wie gut. Mh, jetzt wird es wieder spannend. Und wir haben ja vorhin den Vanillepudding gemacht, deswegen schichten wir das jetzt auf. Mh, mega gut. Ich bin sehr stolz auf mich, dass das hier so geklappt hat, ohne dass irgendwas explodiert ist. Schickt mir gerne eure Fotos, falls ihr irgendwas nachgekocht habt. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Falls ihr Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Auch gerne, was wollt ihr mal von uns gekocht haben. Einfach unten reinschreiben. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und vergesst nicht zu abonnieren. Tschüss.